Alpentour TV. Powered by Flyer Alarm. Berge, die man nicht versetzen kann, sollte man bezwingen. Nach diesem Motto muss der Tiroler Max Kuhn vom MyBikeStevens Team heuer noch auf viele Berge klettern. Zur Einstimmung auf die 70. Österreich-Rundfahrt stellen wir euch die Etappen und die dazugehörenden Lokalmatadore etwas näher vor. Die dritte Etappe führt von Kuhstein durch das Kuhsteinerland auf das Kitzbüheler Horn. Mehr dazu ab Mitte Juni bei Alpentour TV und auf oesterreihrundfahrt.at Vielen Dank.